Klein, aber fein. So präsentiert sich der Cocktail Audio X12. Im lüfterlosen Gehäuse und somit ohne störende Geräusche verbirgt sich ein 60 Watt Verstärker. Gut, das bieten andere auch, doch der X12 bietet zusätzlich einen HiFi Musikserver und Streamer mit Datenbankunterstützung, einen CD Ripper und viele andere Funktionen im Detail. Der X12 liest CDs mit CD-Katalog ein und ist in der Lage, alle Infos zum Track oder Album auf seinem 4,3 Zoll großen Farbdisplay darzustellen. Außerdem digitalisiert und archiviert der X12 Inhalte von alten Platten oder Kassetten in CD-Qualität mit einer Abtastrate von bis zu 96 KHz 24 Bit. Die Musiksammlung kann entweder auf einer bis zu 4 TB großen 3,5 bzw. 2,5 Zoll Festplatte oder auf einer SSD Platz finden. Die Bedienung und das Abspielen von Titeln können sowohl über die mitgelieferte Fernbedienung als auch über das Netzwerk gesteuert werden. Denn der Cocktail Audio X12 fungiert auch als UPnP, die LNA-Media-Server und Renderer. Medien können so vom und auf den X12 gestreamt werden und mobile iOS- oder Android-Geräte sind über verschiedene UPnP-Apps als Fernsteuerung einsetzbar. Alternativ bietet der X12 ein Webinterface, über das die Musikdatenbank angesteuert und verwaltet werden kann. Online-Musikdienste wie Quobus, SimFi und Receiver Internetradio werden ebenso unterstützt. Der X12 ist zudem in der Lage, Aufnahmen vom Internetradio zu sichern. Die Musikstücke werden vom Cocktail Audio HiFi-Server nicht nur verwahrt. Auch die Bearbeitung und Konvertierung übernimmt der X12. So ist es beispielsweise möglich, die bestehende Musiksammlung in andere Formate umzuwandeln und so die Kompatibilität der Audiodateien zu erhöhen. Auf der Rückseite des X12 befinden sich zusätzlich zum USB und 3,5 mm Kopfhörer-Port auf der Vorderseite ein Netzwerkanschluss, ein analoger Eingang sowie ein analoger Vorverstärker-Ausgang und zwei digitale Outputs, TOS-Link und Koaxial. Zwei Lautsprecher-Outputs mit je 30 Watt an 8 Ohm und ebenfalls zwei USB-Host-Ports sind außerdem rückwärtig vorhanden. Optional kann der X12 mit einem WiFi-Dongle ausgestattet und so kabellos ins heimische Netzwerk eingebunden werden.